Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr einschaltet zu diesem neuen Let's Play von und mit eurem Looks Like Link. Cadence of Highmul, ein brandneues Spin-Off von The Legend of Zelda. Richtig, richtig toll, es ist heute erschienen. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel, denn es ist ja, ne, man weiß es nicht genau, ist es wirklich ein Spin-Off von The Legend of Zelda oder doch eher von Crypt of the Necrodancer. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel mit einem sehr, sehr coolen Rhythmusprinzip, auch wenn ich ein bisschen Bammel habe, dass es eventuell schwer sein könnte. Es ist Zelda, da muss ich durch, da will ich sogar durch. So, ich würde mal sagen, wir können einfach direkt ein neues Spiel starten. Es gibt allgemein viel zu erzählen. So, drei neue Dateien. Okay, wir machen einfach ganz normal. Spiel anpassen, mit den aktuellen Einstellungen ein neues Spiel beginnen oder was ist denn anpassen? Handlungsmodus. Du erlebst die Handlung. Dieser Modus wird für den ersten Durchgang empfohlen. Na, ist ja perfekt. So, hier ist alles auf Nein. Oh Gott, der One-Beat-Modus. Okay, das lassen wir alles mal richtig schön auf ganz normalen Einstellungen, denke ich mal. Das ist sehr gespannt, wie das wirkt, denn ich kann nur sagen, ich kenne den Ursprungsteil. Ja, wirklich halt Crypt of the Necrodancer. Dieses Spiel kenne ich, das ist mir bekannt. Ich fand es halt wirklich schwer, aber vielleicht auch nur, weil ich es nicht gewohnt war, solche Spiele zu spielen. Ihr werdet vielleicht noch verstehen, warum. Zumal es eventuell sogar problematisch wird, dass ich dazu halt sprechen muss. Es ist ja ein Let's Play, ne? Aber hey, wir stürzen uns einfach mal ins Game. Ah, stimmt ja. Hier muss man erstmal ein bisschen die Latenzeinstellung übernehmen, dass man genau dann drückt, wenn man, ja, wenn der Beat kommt oder hier jetzt visuell, wenn das Triforce pulsiert. Alles klar. Cool. Geil. Keine Latenz. Sehr, sehr schön. Das sollte eigentlich gut klappen. Muss sich nichts weiter anpassen. So, genau, weil so spielt man das Spiel auch. Ja, ich glaube, wir werden es alles noch schön erklären. Ich hoffe, es gibt ein Tutorial, aber ich denke mal schon. Aber manchmal... ...sometimes... ...they brauchen ein bisschen... ...extra... ...hut! Ah! 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 Oh yeah! Voll, voll cool. Schöne Introduction. Oh, oh, oh-oh, oh! Alles klar! Das ist also die Overworld sehr cool. Uff! Ah! Ah! Hey! Hey du! Ich hab gesehen, wie du vom Himmel gefallen bist. Sah schmerzhaft aus. Noch alles dran bei dir? Oh, du bist gar keine Lilianerin? Dann ist das ja alles ganz neu für dich. Ich bin Trill. Schön, dich kennenzulernen. Wie von Trillerpfeife oder was? Einfach weggeflogen. Oh, ist das hübsch, ey. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schöner Grafikstil. Ah, sieht aus, als wärst du nicht verletzt. Da bin ich aber erleichtert. Aber du kommst in keinem sehr guten Augenblick. In Hyrule gehen seltsame Dinge vor sich. Oh, voll cool. Das hier ist die Hauptprotagonistin, Cadence. Außer halt eigentlich Crypt of the Necrodancer und sie ist jetzt mal irgendwie in die Welt von Hyrule gekommen. Sehr, sehr geil. Und noch ist es nicht relevant, aber guck mal. Ich bewege mich halt schon so ein bisschen springend und das wird später halt zum Beat geschehen. Ich glaube, jetzt kann ich noch irgendwie... Okay, gut, genau. Hier ist jetzt erstmal gerade nichts los. Dann kann ich einfach auch die Richtungstasten gedrückt halten und einfach durch die Gegend speeden, Alter. Oh, guck mal. Ein Chica-Stein. Spring doch mal dagegen, um ihn zu aktivieren. Dann müsste sich diese Tür hier öffnen. Alles klar. Oh, 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 hier. Zack. Ah, zack. Genau. Ich drücke tatsächlich keine andere Taste bisher, außer die Richtungstasten und dann greift sie automatisch das Nebendliegende an. Das ist voll cool. Ein bisschen Geld sammeln hier am Anfang, ne? Geil. So, okay, jetzt aber erstmal hier. Zack. Sehr schön. Du, 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 du. So, das Besondere, oder worauf sich viele freuen, ist tatsächlich auf die Musik in dem Spiel, weil es gibt ja wirklich zahlreiche Zelda-Soundtracks und dazu im Beat zu spielen und zu kämpfen, das wird bestimmt der Hammer. Ah, ja. So, oha. Ah, ja. So, okay. Yeah. Eine Fackel. Einfach draufhüpfen. Ah, okay. Du, 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 du. Du, du. Oh, oh, jetzt geht's los. Guck mal da. Man sieht jetzt diesen Beat. Und ab jetzt muss ich mich so bewegen. Ich kann jetzt nicht einfach durch die Gegend rennen, weil sonst würde ich den Beat versauen. Oh, pass auf, dieses Monster will dir ans Leder. Und hörst du diese anaufwühlende Musik? Ja. Wenn Gegner in der Nähe sind, müssen sich alle im Rhythmus der Musik bewegen. Aha. Genau. Und so greife ich dann auch an. So, die Viecher bleiben, ohren Autostelle. Zack. Zack. Yeah. Genau. Und so wird das laufen. Natürlich bleiben die Gegner nicht so harmlos. Ja, natürlich nicht. Und es wird noch ein bisschen taktisch passieren, weil alle bewegen sich später noch in anderen Takten. Ich kann jetzt aber halt nur dafür sprechen, wie es damals halt war. Ich hoffe echt, dass ich das hinbekomme, nebenbei noch zu quatschen und mir nicht selber den Rhythmus zu versauen. Das Gute ist, dass Monster immer in bestimmten Mustern zur Musik tanzen. Sieht ihr ihre Bewegung gut an, dann kannst du sie besiegen, ohne Schaden zu nehmen. Geil. Oh, Beat verpasst. Okay, gut. Mann, wenn man den Beat verpasst, hat man so quasi, ich glaube, das müsste ja auch noch so sein, hat man seinen Multiplikator verloren. Der macht aber, glaube ich, erst Sinn, wenn es darum geht, Geld einzusammeln. Quatsch. Ja, sehr schön. Oh Gott. Oh, was ist denn? Ich habe so Angst, Mann. Oh, was ist denn? Auch dieses Monster folgt einem simplen Bewegungsmuster. Es bewegt sich jeden zweiten Beat und nimmt immer die Arme hoch, bevor es springt. Oh, okay. Und dann, aua. Lass mich wie erst mich da nicht hier voll angreifen. So. Hab ich wirklich Herzen? Das ist doch schön. Oh, die Musik, ey. Macht so Spaß, ey. Boah. Yeah, voll ein krasses Schwert. Gefunden. Was automatisch ausgerüstet wird. Kein Problem alles. Sehr, sehr schön. Wow, mit diesem Breitschwert kannst du drei Gegner gleichzeitig besiegen und sogar um die Ecke herum angreifen. Wie geht das denn? Es wird sicher praktisch sein, Monster zu bekämpfen, ohne sich direkt neben sie stellen zu müssen. Das könntest du laut sagen. Oh oh. Oh oh, Enemy Womb. Okay, komm her, zack. Yeah, watsch. Wow. Okay, okay. Bams. Sehr schön. Puh, die aufführende Musik hat aufgehört. Jetzt, wo die Gegner weg sind, nun kannst du dich so schnell oder langsam bewegen, wie du möchtest. Ah, das ist ja cool. Ja, sobald alles quasi der ganze Dungeon hier geklärt wurde, kann ich jetzt einfach so rumrennen und mache alles ein bisschen flotter und schneller. Das ist echt schön. Oh. Yeah, die Schaufel. Sehr cool. Wow, du kannst aber gut mit einer Schaufel umgehen. Und von dieser gruseligen Luft lässt du dich auch nicht einschüchtern. Sag bloß, sowas ist bei dir zu Hause normal. Ist es auch tatsächlich. Ihre Hauptwaffe, naja, nicht Waffe, ihr Hauptutensil ist ja tatsächlich in ihrem Originalspiel die Schaufel, wo sie sich dann wirklich durch die ganzen Dungeons gräbt. Ja, das wird dir bestimmt auch noch öfter passieren. Aber gut. Nanu, was sind denn das für komische Portale? Da drin sind meine Freunde zu sehen. Wenn irgendwer herausfinden kann, was in Heiko los ist, dann sind das Link und Zelda. Die Portale scheinen aber nur in eine Richtung zu funktionieren. Möchtest du Link besuchen oder Zelda? Oh, sogar am Anfang der Entscheidung. Oh, oh. Also, ich hoffe, ich kann aber irgendwann beide retten. Ist bestimmt sowieso unmöglich. Wie Link pennt, ey, jetzt kommt es gut. Und Zelda natürlich ganz, ganz edel. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zu Zelda, oder? Weil Zelda und Link sind hier spielbar. Und Zelda ist so selten spielbar. Ja, deswegen gehe ich mal einfach zu Zelda zuerst. In der Hoffnung, dass wir sie trotzdem wiederfinden. Oder dass wir irgendwann noch zu Link kommen. Uff. Ist ja geil. Okay, was ist denn jetzt hier los? Uff, 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 uff. Alles zu. Oh, dieses helles Licht sah aus wie das Triforce. Wusste ich doch, dass du jemand ganz besonderes bist. Danke, dass du Zelda aufgeweckt hast. Sie hat den ganzen Ärger verschlafen. Also bleibe ich erstmal bei ihr und erkläre ihr, wie es um Hyrule steht. Du solltest schauen, wie du nach Hause kommst. Ich hoffe, unsere Wege kräuten sich irgendwann noch einmal, Freundin von Hyrule. Ich werde sicher eine Weile zu tun haben. Ich suche so lange nach einem Weg zurück in meine Welt. Man sieht sich. Äh. Ach so. Ach so, das war's. Okay, ich... Oh, okay, ich spiele jetzt mit Zelda. Das ist ja geil. Prinzessin, endlich seid ihr wach. Ihr müsst das Schloss sofort verlassen. Euer Vater ist außer Gefecht und die Meisterwachen... Die meisten Wachen sind übergelaufen. Das Innere des Strosses wurde von... Aktavos. Goldener Laute versiegelt. Ihr müsst einen Weg finden, das Spiel zu brechen. Das Siegel zu brechen und den König zu retten. Nehmt dieses Teleskop. Damit sollte euch die Suche leichter fallen. Ja! Alter, du hast das Teleskop erhalten. Damit enthüllen sich dir die... Enthüllen sich dir mehr Gebiete auf der Karte. Öffne die Karte, indem du... Äh... Zack und das... Und gegebenenfalls L drückst. Okay. Wartet mal. Äh... Ich drücke L, aber irgendwas passiert nicht. Es passiert nichts. Toll. Aha. So, jetzt hat er halt auch eine Waffe. Sehr schön. Mit den Kisten hier verschieben. So, jetzt hat er den Typen erstmal eingesperrt. Warum nicht, ne? Ey, was soll denn die Zilder? Also, ich komme hier nicht raus. Nur über die Treppe. Okay, warte mal. Ich muss mal kurz gucken, wie ich die Karte aufmache. Warte mal. Ich, äh... Ich soll das hier machen und L. Aber wie geht nicht. Ich drücke mal kurz auf der Start. Oh, das ist dein Inventar. Alter, voll riesig. Ist ja krass. Achtung, hier jetzt. Hier in dem Menü geht es zur Karte. Alles klar. Hier findest du Beschreibungen deiner Items und kannst manche von ihnen den Knöpfen zuweisen. Mhm. Den da oben. Ja, ich sehe sie. Mhm. Wir haben aber einfach noch nichts, ne? So, was sind das hier für Dinger? Okay, die Karte. Das ist eine Karte. Sie zeigt dir, wo du bist und wo du schon warst. Welche Schickescheiner du aktiviert hast und mehr. Wenn du bestimmte Amulette findest, bekommst du sogar Informationen zu Gegenden, die du noch nicht besucht hast. Okay. Okay, das ist, warte mal. Das ist hier die ganze Karte. Ist ja ordentlich groß, ey. Ach, schön. Ey, das wirkt für mich richtig so, als würde das wirklich ein... Ja, richtig so ein Zelda-Adventure halt, ne? Mit Anfang und Ende. Ich bin schon sehr gehypt. Freue mich sehr. So, Inventar. System. Ah, okay, nee. Ich kann mal nicht speichern. Alles klar. Ich bin im Bilde. So, dann gehen wir mal los. Oh, oh. Oh, bin ich froh, dass du aufgebracht bist, Zelda. Aber während du geschlafen hast, ist in Hyrule einiges vorgefallen. Ich bleibe bei dir, um dir das Nötige zu erklären. Okay, jetzt geht es wieder los mit den Beats. So, erstmal über die Schaufel gefunden. Alles klar. Okay, man kann hier einfach... Die kann einfach durch die Wand buddeln. Kein Problem. Wärms. So, okay. Noch irgendwas gefunden? Es müsste, glaube ich, auch so sein, dass nicht alle Gegenstände tatsächlich, ähm... Oh, Nairos Umarmung! Du hast die Fähigkeit Nairos Umarmung erlernt. Sie wird automatisch mit... Sie wird automatisch eher zugewiesen und kann nur von Zelda verwendet werden. Setze sie im richtigen Moment ein, um Geschosse oder Nahkampfangriffe aus allen Richtungen auf den Angräffer zurückzuwerfen. Boah. Selbst wenn du sie einem Beat zu früh auslöst, kannst du noch Schaden abwehren. Das hört sich geil. So, oh Gott. Oh, zack. So. Okay, nur drei Herzen. Zelda hat nur drei Herzen. Das muss man aufpassen. Alter, Bomben! Sehr schön. Okay, Bomben haben sich jetzt automatisch dem Knopf zugewiesen. Alles klar. Huah. Guck mal, das kostet Magie. Oh, oh. Das kostet sogar Magie, ne? Ja, wir lernen erstmal alles. Oh. Verdammt. Okay, ich muss sie geil so platt machen. Was, Deku-Nüsse? Alter, was gibt's denn hier alles, sag mal? So, alle Gegenstände sind dauernd. Ich kann wieder rumrennen. Weee. So. Okay, guck mal. Hey, was wir jetzt alles haben? Okay, Bomben sind auf B einzusetzen. Okay, okay, okay. Gut. So. Hey, guck mal. Ein Shika-Stein. Wusstest du, dass du nach einer Niederlage bei jedem Shika-Stein zurückkommen kannst, den du aktiviert hast? Ah. Sehr schön. Zack. So funktioniert das also. Oh, guck mal, wie hübsch das ist, ey. Und die Musik. Das sind doch Tall Tall Heights, oder nicht? Ah, so cool. Okay, ich geh erst mal, ich muss erst mal vom Schloss weg. Alles klar. Boah. Erinnerst du dich an Octavo, den Musikanten, der dich hat einschlafen lassen? Während du geschlummert hast, hat er deinen Vater eingesperrt und sich in Schloss Haimul verbarrikadiert. Das Liedel kann nur geöffnet werden, wenn du seine vier Instrumente der Macht besiegst. Zelda, wir müssen umherreisen, um diese Instrumente zu finden und zu besiegen. Alles klar. Oha. Boah, guck mal, alles voller Gegner. So. Dann lernen wir doch einfach mal die ganzen Gegner, oder? Oh Gott, okay, im Wasser bin ich hier ein bisschen gehandicapt. Da komme ich hier so schnell raus. So, okay. Beats war versaut, aber egal. So, die komischen Staubpilze sind fies. Oh, niedrigeres Tempo. Okay, sehr schön. Oh Gott, die Hühner will ich mich angreifen. Wow. So. Ich glaube, die Ritter sind nur von der Seite angreifbar. Oh Gott, ey. Checkpoint, sehr schön. Warte, mit dem Checkpoint, die fällt mir echt. Das finde ich echt gut. Kann ich hier hoch? Nee. Schneller. Quatsch. Oh Gott, oh, ist er sich geteilt. Oh. Wenn der letzte Gegner auf einem Bildschirm besiegt wird, lässt er Diamanten fallen. Im Gegensatz zu Rubinen und Schüsseln gehen Diamanten bei einem Game Over nicht verloren. Du kannst sie in bestimmten Läden einsetzen. Oh, geil. Die Diamanten kennt man auch aus dem Ursprungsspiel. Da waren die auch so eine, ja, so eine selten zu bekommene Währung. Okay, warte mal. Muss ich jetzt einfach... So. Hier hoch, oder was? Ich würde ja nämlich den Stein, der sieht so aus, als ob ich den kaputtbomben kann, aber ich weiß nicht, ich traue mich nicht. Okay, hier haben wir erstmal nichts. Dann mache ich einfach mal... Oh, ich habe nur eine Bombe, ne? Okay, die kann ich auch schieben. Okay, ich gehe erstmal hier rein. Und wird es schon... Oh! Manche Gebiete wie diese hier kannst du nur mit Hilfe eines bestimmten Items durchqueren. Aber auch ansonsten gilt, mit kreativem Item-Einsatz kommst du schneller und sicherer vorwärts. Okay, wo sind wir denn jetzt? So, das ist einer der ersten normalen Dangers, oder was? So, okay, ich kann hier nicht... Ich glaube, rüberspringen kann sie nicht, ne? Ne, okay, wartet mal. Okay, es geht aber nach da. Hm. Okay, sieht ja fast so aus, als müsste ich irgendwie... Hm, was? So, was? Was? So, ich kann... Äh, wartet mal. Ich würde da gerne raufsteigen, aber wir können sie das nicht machen. Äh, okay, einfach weggeschoben. Warte mal, ich kann hier... Ich kann hier leider nicht rüberspringen, ne? Ich hätte dieses Ding benutzen können zum rüberjumpen, aber... Hm, warte mal, ich resette aber noch mal ganz kurz. Das würde ich jetzt ja nicht wissen, ne? Ich weiß ja nicht, was für Gegenstände mich hier erwarten. So, also, ups. Beat verpasst. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke... Oh, es ist wirklich verschwunden einfach, verdammt. Wenn ich jetzt daran denke, dass ich irgendwas vielleicht irgendwann mal finde, um einen Gegner einzufrieren, dann wären die ja alle eine Brücke. Oder kann ich einfach von oben angreifen? Kommen wir experimentieren einfach mal ein bisschen. So, okay. Ups. Und rüber. Okay, geht nicht. Geht nicht, vielleicht muss ich die wirklich einfrieren. So, der hat aber nichts dergleichen dabei. Schade, dann muss die Drohung noch mal kurz warten. Weil es ist ordentlich leider sich nicht resetet, ey. Tudu. So, hier haben wir... Oh, wieder ein... Das ist ja eine richtig große Welt, ey. Geil. Da freue ich mich schon drauf. So. Oh Gott. Nein, Huhn, hau bitte ab. So. Oh. So, man muss echt immer aufpassen, ey. Vor allem werden es zu viele werden. Watz. Ups. Oh, shit. So, okay. Einfach zweimal draufkloppen. Und der Typ ist weg. Dann heil ich mich hier ein bisschen mehr hoch. Einfach ganz hoch. Bad Billebü. Ddu-du-du-du-du. So. Gehen auch nicht alle Gegner tot. Oh, da ist ja... Oh Gott. Hier wird anscheinend irgendwas... Was ist... Mach. So, der hat auch zwei Herzen. Alles klar, erledigt. Diamant. Sehr schön. Wumm. Huhn ist natürlich kein Gegner. Oh, ein Schlüssel. Sehr cool. Der ist schon fast 100 Rubiner, ey. Wieso muss ich die überhaupt hin? Boah, das ist ja echt cool. Verdammt, Beat versaut. Oh, je länger am Stück du Gegner besiegst, ohne einen Beat zu verpassen oder Schaden zu nehmen, desto mehr Kraft sammelt die Beat-Anzeige. Solange du fehlerfrei spielst, hinterlassen, besieg die Gegner mehr Diamanten, deine Ausdauer holt sich schneller und Gegner lassen wertvollere Beute fallen. Genau. Deswegen, das kann eventuell ein bisschen scheitern, weil ich ja hier dabei noch kommentiere und schon öfter mal meinen eigenen Beat versaue. Oh Gott, Bombe. Okay. What? Yeah. Fragezeichen. Oh, toll. Ich habe die Steuerung invertiert. Das ist ja super. Hm, hm, hm. Oh Gott, warum ist der ein schön großer Gegner? Ne. Uff, uff. So. Und ein Sora. Warte, wie mag ich jetzt, dass ich dich hier blockiere? Wow. Ja, ah. Ah. Okay. Verdammt. Hm, hm. Das kommt so natürlich nicht an, ne? Ach, Mann, ich weiß auch nicht, wie geht das jetzt mit dem... Wie wird denn den Beat kontern? Oh Gott, ich habe Angst. Hm, hm, hm. Du, 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 du. Du, 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 du. Was, was? Okay. Oh shit. Oh, zu tiefes Wasser. Okay, gut. Dum, dum, dum. So, ich glaube, das sind die echt... Ich glaube, man kommt da nicht so schnell ran, oder? Weil die zu weit weg sind, die ollen Viecher. So. Ich schnapp ihn mir. So. Wops. Oh, okay. Hm, 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 hm. Komm, rechner rein. Wie doof. Ich weiß nicht. Ach, Mann, Mist, ich glaube, die sind sehr... Die gehen sogar schneller wieder weg. Okay, das ist ein ganz schön brachte, ey. Weil er immer wieder schnell ins Wasser wieder zurückgeht. Verdammt. So, ich glaube, ich spiele jetzt echt schon wieder richtig falsch und bin gleich tot. Das ist nicht so toll. Oh Gott, in den Großen habe ich da jetzt auch keine Chance. Wartet mal. Hups, hups. Yeah, yeah. Oh, was billig... Was dringendes Charismus, oder was? Keine Ahnung. Dum, 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 dum. Yeah. Okay, jetzt einfach wieder safe. Halt noch irgendwo ein bisschen was zum... Zum heilen, oder so? Lass mal ein paar Büsche schnitzeln. Nee, okay, gut. Oh, geil. Es wirkt aber echt wie ein Seilerspiel-Bus-Set, ne? Mit anderer Art... Oh! Kakariko war ernsthaft geil. Bei dir muss ich mich erstmal ein bisschen erholen. Ist so vielleicht. Kakariko ist aber auch ein cooler Punkt. Aber erstmal... Oh, viel besser. Oh, nein! Scheiße, ich wollte mich eigentlich nur vorbei bewegen. Aber ich greife an, wenn ich mich bewege. Okay, ganz ruhig. Ich würde aber auch sagen, dass wir hier dann erstmal den ersten Part beenden. Ich bin gespannt, wie ich mich hier anstellen werde. Ja, ob ich alles schaffe, im Rhythmus zu machen und die ganze Welt zu retten. Aber es sieht echt cool aus. Ich meine, boah. Okay, wartet mal. Das hier ist... Haben wir schon einiges entdeckt vom Spiel, ja? Ich bin aber mal gespannt, wie viel da noch kommt. Oder ob die Karte hier... Ob das die maximale Karte ist. Wir werden es ja sehen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Part. Ciao!